Oder die Diamantenanlage vorbereiten, weil die habe ich hier nicht auf der Liste stehen. Ich hoffe, wir tun die Diamantenfarben vorbereiten soweit. Das heißt, wir brauchen ja diese Coal Bolts. Wir brauchen ja die, die haben mit Kohle Powder. Ja, das ist Kohle. Ja gut, wenn oder mit den drei, dass wir die rezeptmäßig da haben. Da brauche ich eigentlich diese Wasti, ne? Nein, diese, die Fossils sind das. Mal schauen, ja. Ich nehme mal die, nehme ich davon. Ich nehme mal so viel mit. Ich muss eben kurz das Fenster zum. Nein, Moment. So, da habe ich es auch zugemacht. Ähm, jetzt müssen wir das in die Dinge reinschmeißen. Die Bilder immer noch so laut. Geil. Rein damit, weil wir können das ja eigentlich... Moment. Zwölf. Drei, drei. Drei. Jeder 16 Stück. Dann geht das ein bisschen schneller mit allen. Wenn wir da rauskippen, dann können wir die kombinieren mit... Keine Ahnung, Sugar. Sugar Shark Coal. Ihr vererbert mich jetzt gerade. Die mache ich aus Zucker. Ihr wisst, aus was Zucker... Man kann einfach heizen mit... Okay. Ist auch neu. Liquid Coal Tank. Coal Chunk. Warum Liquid Coal? Warum? Hex Coal. Achso, die Burn Time, die... Geht komplett unterschiedlich. Aber warum... Warum macht man sowas? Kann man da irgendwas mit herstellen? Hat das ne Burn Time? Das hat doch nichts. Aber warum macht man das denn? Für was braucht man das? Das hat, glaube ich, keinen Nutzen. Da sind solche Dinger. Ah, dann muss man noch eine Fläche, wo wir das hinpacken. Warum machen wir denn diese Fabrik hin? Hier haben wir hier noch vier Platz, ne? Hier ne Charcoal. Auch dahin die Decke. Oder hier oben drauf. Da weiß ich sowieso nicht, was ich mache. Das Haus muss ja auch noch fertig werden. Hier hätten wir viel Platz. Hier kriege ich ja auch noch Strom über das ganze Zeug. Oder hier hinten ein Bienending, das ist ja dazugehört. Platz hätten wir bestimmt. Ja, Platz haben wir hier. An der Wand. Selbst da hinten drin haben wir genug. So, wir brauchen ein Automatik Crafting Table. Wie bräuchten... Flint. Flint kriegen wir aus. Gravel. Gravel kriegen wir aus. 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 Höhe Prozent. Zehnprozentige Chance. Wir kriegen Flint da raus. 10% Chance. Das heißt... Flint in... Konkret. In Pulverweiser. Na, wenn ich es jetzt aber in den... den Walkcrusher packe. Kann Sand rauskommen. Sand können wir wiederum verwenden, um... Was? Was kann man denn mit Sand machen? Nee. Silikon. Das heißt, da hinten wir einen Fluss, wenn wir jetzt mal Walkcrusher aufbauen. Der uns das macht, dann hätten wir das. Das heißt, wir wollen uns das mal ein... Walk... Oh. Ein Walkcrusher. Da. Aha. So, ich glaube, 12 Blöcke reichen, ne? Ja. Der ist unser Ausschlaggebende, der uns alles zerstört. Strom von... Keine Ahnung. Wenn wir dem jetzt... Ich baue das mal erstmal hier rein. Das ist, glaube ich, sowieso nicht so... Genau, das ist er jetzt. Ups. Der Walkcrusher, der kriegt dann... Gravel rein. Beziehungsweise Stone, Stone mit Gravel... Auch wieder rein. War jetzt so, ne? Habe ich denn... Hallo, Minecraft. Oh. Wir standen drauf. Äh... Okay, jetzt muss ich nochmal durchs... Und da... Gravel... Und Gravel... Hier hinzu... Und das alles dann weg. Das ist auf jeden Fall nur die rausbekommen. Und... Hauptsache wirklich eigentlich... Das haben. Gut, aber ich brauche eigentlich nur ein... Noch ein Masurator. Masurator, ja. Ein Masurator. Gehen wir mal... Wie gesagt, Autocomantik, Craftintable... Und das war auch noch. Und... Wer ist denn denn nun mal Stein erstellt? Ich weiß es gar nicht. Das ist meine Auto... Auto Workbench, ich glaube, die funktioniert damit. Dann brauchen wir... Ein Masurator. Ein Masurator. Ein Masurator. Ein Masurator. Ein Masurator. Da fehlt jetzt noch. Okay. Ah... Flint. Okay, haben wir ein Paar. Ah, da habe ich schon das Rezept. Ah, okay. Ähm... Dann brauchen wir... Wie, 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 wie... Vielleicht noch... Was machen wir denn noch? Deep Storage eventuell. Ah, wer ist denn? Extruder ist das, glaube ich, hier, ne? Ja, genau, das Extruder. So ein Basic. Vielleicht machen wir mal... Zwei, drei, vier... Natürlich weiß es noch nicht. Wir können auf jeden Fall ein paar bauen. Ich nehme erstmal zwei mit. Jetzt bauen wir... Bucket. Da reichen zwei Stück. Ähm... Nehmen wir ein Auto-Craft vielleicht. Äh... Äh... Ich glaube erstmal nichts. Vielleicht noch eine Chester. Aber die Chester habe ich da oben. So, das heißt, wir brauchen ein Strom. Das hole ich mir vom Windkraftwerk da hinten. Aber die ganze Sache... Da kommen wir mal eben... Komm, wir holen mal eben... Tetherfects. Zum Beispiel ein Stück. Damit ich gar nicht so weit mit dem Strom muss. Und auch das jetzt mit der... Der Schiene später machen könnte. Tetherfect. Und zwar die. Eins, zwei. Damit wir direkt Strom haben. Eventuell auch aufs noch anders damit anstellen könnten. So, wo klebt jetzt... Wo kleben jetzt die beiden Dinger? Ich glaube, weil ich die Angehalten haben... Sind jetzt hier am... Warten, oder? Hä? Sind da beide? Jetzt kommen wir bestimmt beide in den Gegenden. Waren die jetzt oben? Die waren noch nicht oben, oder? Ach, doch. Die waren beim Füllen. Ah. Muss ich noch mal aufmachen hier. Mal gucken, wo ich rauskomme. Mal gucken, wo ich rauskomme. Schauen wir mal. Ich sehe keinen Weg. da ist die licht sind wir denn da da sind wir das heißt wir müssen